Erinnern Sie sich an meinen Auftritt. Bleibe ich Ihnen in Erinnerung. Ich möchte, dass Sie sich an mich erinnern. Erinnern heißt Leben. Ich bin verschwunden. Erinnern bedeutet Auflehnung. Männlich, weiblich, Dreieck, Quadrat, Rot, Blau, Geist, Vertreten. Keine Unterschiede. Also sollte ich Ihnen jetzt wohl eine gute Geschichte erzählen, um Ihnen in Erinnerung zu bleiben. Sie sehen nichts. Meine Negative sind verschwunden. All meine Fotos sind weg. Und ich mit Ihnen. Bauhaus. Synonym für Modernes. Das ist gesellschaftlicher Aufbruch. Ein Ort der Experimente neuer Ideen. Willkommen im Monted Bauhaus. Negativ eins. Negativ zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich habe deine Negative sorgfältig aufbewahrt. Sie wurden ohne mein Wissen und ohne meine Zustimmung von Walter Gropius mitgenommen. Ja, ich nannte mich Lucia Moguli Neubauer. Das war ein Ausdruck meiner tiefen Verbundenheit zu Theodor Neubauer. An einem Morgen der ersten Augustwoche wurde er in meiner Wohnung verhaftet. Das biografische Geständnis, schließlich das Kapital der Minderheit. Biografischer Striptease. Erstens, meine Eltern sind zwar Juden, aber ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nicht an Gott. Ich bin die 13. Fee. Kaum eine Publikation über das Bauhaus erscheint mehr, ohne dass ich meine Bemerkungen dazu abgebe. Die Rezeption des Bauhauses muss korrigiert werden. Die Rezeption des Bauhaus erscheint mehr, ohne dass ich meine Bemerkungen dazu habe. Die Rezeption des Bauhaus erscheint mehr, ohne dass ich meine Bemerkungen dazu habe. Die Rezeption des Bauhaus erscheint mehr, ohne dass ich meine Bemerkungen dazu habe.